Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Walking Dead. So, beim letzten Mal haben wir ja seinen Bruder, sein Bruder da, wieder getroffen bei New Frontier. Ich bin gespannt, was auf uns warten wird und wo wir jetzt einspringen. Mal schauen, ob wir schon drin sind. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber... Komm, lad ein bisschen schneller. Komm. Oh Gott. Ah, gut. Das war letztes Mal. Also, ja. Du musst nicht mehr den Kappen füllen, Baby. Grandpa schläft. Nein, Yaya. Vipo ist wundern. Mama! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Blatsch. Warte, die waren auch von New Frontier, ne? Put your hands up. Close your eyes. Und... Jetzt achtet mal, habe ich auf dem Hintergrund geachtet. Oh! Shit! Kate! I have to stay with my family. Den hatte ich vorher überhaupt nicht gesehen. I said go! Hey! Hey! What do we call you? Jesus! Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. Hehehehe. 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 I fucking knew it. You're one of them. You're goddamn right she is. If you wanna shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? Hehehehe. Holy shit! We're from the name, we're from the name. What the hell is going on out here? That is a... Oh my god. I hate being out so close to dark. It's harder to see them coming. We're just going to get the propane and... Ahhh! I saw it in that pickup truck parked down the road a little. In front of the Wallace's house. I just wish there was an easier way to get it. And that we didn't have to risk life and limb. Every damn day. For food and water. And gas for the stove. I can do this myself, you know. Not too late for you to turn around. Who's gonna watch your back if I'm not here? Besides, I can't just pull up in this house forever. I need, I need to get used to being out here. Okay. If we're lucky, we won't see a single one of those things. Fingers crossed. Jetzt habt ihr's gejinxed. There it is! Let's take it and go. Oh, da kommt doch gleich was. Ah, okay. Sei doch leise! You got to watch out. I'm sorry. I'm just sick of this shit. I just thought... This one time. We deserve to catch a fucking break. Oh, da producers. They're nothing to kid me. Die! Kate, you're a hammer! Du hast nichts gemacht? Ich bin sorry, ich war so fucking scared. Du hast es, es ist okay. Ich wollte es töten, ich wirklich habe, aber ich weiß ihn. Das war ein von Gabe's Freunde. Drew, er war so süß, immer hatte ein Lüge auf seinem Gesicht. Gabe ihn liebte. Das ist nicht Drew mehr. Ich weiß, es sieht noch immer wie ihn, aber... Zombies? Wenn sie nicht Menschen sind... Wenn sie nur... Die Möge... Die Möge. Ich dachte, wir werden sterben. Ich dachte, Gabe und Mariana werden nur wundern. Dann wären wir nur Gott. Wir sollten, äh... Wir sollten wirklich wieder rein kommen. Ja. Okay. Hä? Aber wie... Wie... Was? Erzählen wir uns jetzt nicht die ganze Geschichte? Ich weiß, wir alle wollten hier, in der Haus, und warten für David zurück. Aber es hat drei Monate, seitdem er mit deinem Mutter entfernt hat. Was sagst du? Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Wir sind sicher. 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 Was macht dich denken, dass es besser wird, woanders wird? Alles und jeder, außerhalb dieser Tür, ist tot. Genau. Wie lange, bis ein von diesen Sachen kommt? Wir bleiben. Wir bleiben. Oh, die sind uns sicher! Was? Dad? Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, das ist nicht der Bruder, das ist der, der mit den... Oh mein Gott! Ich dachte immer, das wäre der Bruder gewesen. Oh mein Gott! Oh, sag das nicht. Oh mein Gott! Gott, der hat sich verändert... Warum, nicht du? Warum müssen wir gehen? Wenn das zu dir passiert... ... ich kann es nicht behalten. Wann müssen wir gehen? Tomorrow. Als es in der Nacht ist. Ich will ihm eine Note geben. Ich werde dir helfen. Okay? Was werden wir ihm sagen? Ich will sagen etwas gut. Es ist gut. Es ist etwas, das ihn nicht schade macht. Tell ihn, dass wir ihn finden. Somehow. Wir werden uns alle wieder sehen. Ich mag ihn. Ich werde es jetzt schreiben, damit wir ihn nicht vergessen. Natürlich. Ich werde ihm helfen. Danke. Wirklich. Ich weiß nicht, dass er jetzt Havi ist. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie wir ihn zeigen können wir uns nicht bescherdigen. Ich weiß nicht, wie wir ihn vielleicht nicht verstecken können. Ich weiß nicht, wie wir ihn nicht bescherdigen. Wir bekamen, dass wir ihn nicht zufrieden haben. Und wir müssen müssen ihn nachher weg gehen. Ich weiß nicht, wie讲 uns überhaupt. Aber wir müssen uns brauchen. Ch binden uns das einfach nur ein anderes intention. Wir müssen uns das nicht vor. Ich weiß nicht, wie wir uns ein'? Oh, nimm das Messer mit. Das linke Foto, als wäre da nur ein Gesicht reingefotoshopt worden. Oh, ich würde die Kerzen aber trotzdem ausmachen. Über dem Gesetz? War das vorhin auch die Überschrift von der Episode? Ich kann mich nur noch an das Waffenbrüder erinnern. Okay, also der Bruder ist mit der Mom weggefahren und das über drei Monate lang. Oh. Oh. Was ist das wirklich du? Ich habe immer gedacht, dass ich dich gefunden habe. Ich dachte, du bist tot, Mann. Ich dachte, du bist tot. Ich dachte, du bist tot. Kein Glück. Ich wusste es. Hey, die Weapons sind. Das ist meine Familie. Du musst uns in lassen. Kate hat nicht mehr lange. Jesus. Kate! David? Ich bin hier, ich bin hier. Was zur Hölle ist passiert? Sie hat gebrochen. Wir haben den Blut raus, aber sie ist noch blut. Wir brauchen deinen Doktor. Jetzt, David. Eure, und das ist unser. Oder unsere. Danke, Javi, für sie hier zu bekommen. Sie kommt rein. Aber sie hat nicht gebrochen. Das ist meine Wälder, Max. Du willst sie sterben? Nein! Ich habe das nicht gesagt. Unsere Doktor wird dir helfen, honey. Ich werde sicher sein. Warte, ich gehe mit dir. Sorry, aber die resten müssen direkt nach Quarantin. Was für? All newcomers get checked for fights. Und sie müssen alle ein paar Fragen stellen. Hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber die resten müssen mit mir kommen in die Quarantin. Das ist wie wir es安全 für alle. Sie verstehen nicht? Ich bin David's brother. Ich gehe mit ihnen mit ihnen. Wir haben Prozedur hier. Prozedur, die müssen sich folgen. Selbst wenn du mit David bist. Das ist scheiße. IGNORIERT. Let's go! Gut, dass wir mit Katnicks angefangen haben, ey. Das wär ja was geworden. Oh! Wir haben die Auto ohne dich in es. Ich weiß nicht was, was zu denken. Der Motor ist und sterben. Ich kam hier, um Hilfe zu finden. Und das ist passiert. Ich bin so worried über Kate. Ich habe sie gesagt, sie braucht einen Doktor. Sie hat mir gesagt, jemand würde sich in die... Bitte, erzähl mir, sie haben sie gefunden. Sie haben definitiv nicht geschaut, weil sie noch in der Auto ist. Aber das ist verrückt! Ich habe sie gesagt, sie sterben! Ich habe sie gesagt, sie brauchen eine Pfanne. Sie haben sie gehört. Ich habe sie gesagt, sie brauchen eine Pfanne. Ich bin sorry, Javi. Ich bin wirklich, aber ich hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Was? Die Leute hier in Richmond, ihre neue Frontier. Oh mein Gott. Oh, du hast noch nicht gehört, die schlimme Sache noch mal. Ein von ihnen ist der Bruder. Er wusste das doch selber nicht. Ich hatte einen Bruder, Javi. Hey, niemand ist mehr überrascht als ich. Ich dachte, der Mann war tot. Wir haben ihn in Jahren nicht gesehen. Es war nur ich, Kate und die Kinder. Ich weiß nicht, was die Wahrheit sind. Ich weiß nicht, was die Wahrheit sind. Aber du warst ziemlich überrascht zu sehen. Wer dieser Mann ist, er kann nicht alles schlecht sein. Right? Ich meine, er hilft Kate, stattdessen zu holen sie hier. Natürlich hat er sie in. Sie ist seine verdammte Frau. Ich weiß nicht. Sie sind schuldig. Kate ist verabschiedet mit deinem Bruder? Wie Sie zwei kregen sich um uns herum. Die einzige Grund, warum ich kenne Kate ist, weil sie mit David verabschiedet hat. Ich war der beste Mann bei der Schwierbar. Wow. Okay. Ich bin mal gespannt, ob David davon alles wusste. Das denke ich mir auch. Das ist eine Idee im ersten Moment. Wenn er es über die Idee wusste, und es nicht zuhörte. Ich liebe es zu sagen, aber es gibt eine Chance, dass er das Order gegeben hat. Wenn er es nicht wusste, dass es es ihnen war, wenn er es nur versucht, zu bekommen, was er verletzt. Es ist möglich. Was war er als du, wenn du ihn wusste? Wir alle zusammengekommen? Er war glücklich genug, zu sehen dich da hinten. Ja. 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 Auf... Auf was denn? Okay. Oh, hier ist auch noch die Kacke am Dampfen. Und die Tür? Schließt sie von alleine? Die können da jetzt einfach raus? Was? Geht doch einfach raus. Keiner hat die Tür abgeschlossen. Oh, naja.